Die slowakische Fußball-Nationalmannschaft der Herren repräsentiert die Slowakei im Allgemeinen sowie den slowakischen Fußballverband im Speziellen im Nationalmannschaftsfußball. Aktuell wird die Mannschaft von Janko Zag trainiert. Geschichte Die erste slowakische Fußball-Nationalmannschaft gab es zwischen 1939 und 1944. Sie war die Nationalmannschaft der nach dem Münchner Abkommen entstandenen ersten slowakischen Republik und bestritt als eigenständige Nationalmannschaft 16 Spiele gegen Deutschland und die mit Deutschland verbündeten Staaten Bulgarien, Kroatien und Rumänien. Slowakische Spieler spielten zuvor seit 1920 in der tschechoslowakischen Fußball-Nationalmannschaft. Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Tschechoslowakei wiederherstellt wurde, bildeten sie mit den Tschechen wieder ein gemeinsames Team. Nachdem sich beide Staaten per 1 Januar 1993 trennten und die Slowakei als selbstständiger Staat entstand, trat sie wieder mit einer eigenständigen Mannschaft bei Turnieren der FIFA und der UEFA an. Die bereits begonnene Qualifikationsrunde zur WM 94 wurde im Jahre 1993 als gemeinsame Auswahl der schon getrennten Staaten erfolglos beendet. Die Slowakei konnte sich seither bei der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2010 erstmals für eine Endrunde qualifizieren. Dort besiegte die Slowakei in der Vorrunde den amtierenden Weltmeister Italien mit 3 zu 2 und erreichte das Achtelfinale, indem sie dem späteren Wiese-Weltmeister Niederlande unterlag. Teilnahme der Slowakei an Fußball-Weltmeisterschaften Hauptartikel Die Slowakei war während der bis 1990 ausgetragenen WM-Turniere Teil der Tschechoslowakei und stellte eine Vielzahl von Spielern für die Nationalmannschaft bei diesen Turnieren, die zweimal den zweiten Platz belegte. Nach der Trennung von Tschechien konnte sich die Mannschaft erst einmal bei vier Anläufen für eine WM qualifizieren. Dabei traf die Slowakei in der Qualifikation für die WM 1998 und 2010 auf Tschechien. Teilnahme der Slowakei an Fußball-Europameisterschaften Die Slowakei nahm als Teil der Tschechoslowakei an den Europameisterschaften 1960 bis 1992 teil. 1976 gewann die tschechoslowakische Mannschaft den Titel als im ersten Elfmeterschießen der EM-Geschichte Titelverteidiger Deutschland bezwungen wurde. In der Europameister-Mannschaft standen die slowakischen Spieler Jan Piwanek, Anton Andrus, Josef Kapkowitsch, Kolomangö, Karol Dobias, Josef Modda, Marian Masny, Jans Velik und Ladislav Jukomik. Nach der Aufspaltung der Tschechoslowakei in zwei selbstständige Staaten nahm die Slowakei erstmals an der Qualifikation zur EM 1996 teil, konnte sich seitdem aber nicht qualifizieren. Dabei wurde dreimal der dritte Platz der Qualifikationsgruppe erreicht, bei den beiden letzten Versuchen aber nur noch der vierte Platz. Kader der slowakischen Fußball-Nationalmannschaft 2014 Spieler, die für das letzte EM-Qualifikationsspiel am 9. Oktober 2014 gegen Spanien berufen wurden. Nicht aktuelle slowakische Nationalspieler Spieler, die in den letzten zwölf Monaten berufen wurden. Rekordspieler Milger Roslav Kahan ist seit dem 21. August 2002 Rekord-Nationalspieler, als er mit seinem 51. Länderspiel Robert Tomaschik ablöste, der am 24. März 2001 mit seinem 45. Länderspiel Duschan Titel abgelöst hatte, der am 11. März 1997 seinerseits Wladimir Kinder abgelöst hatte. Kinder hatte am 16. Stand 17. Rekord-Torschützen Robert Wittek ist seit dem 28. Juni 2010 Rekord-Torschütze, als er beim 1 zu 2 im WM-Achtelfinale gegen die Niederlande mit seinem 23. Tor den Rekord von Szilat Nemed überbot. Ehemalige Trainer 1993 bis 1995 Joseph Wenglos 1995 bis 1998 Joseph Jankech 199.800.000 Duschan Radolski 199.900.000 Duschan Galles 1999 bis 2001 Joseph Adamik 2002 bis 2003 Ladislav Jukumic 2004 bis 2006 Duschan Galles 2006 bis 2008 Jan Kruschen 2008 bis 2012 Wladimir Weiß 2012 bis 2013 Stanislav Grieger Länderspiele gegen deutschsprachige Nationalmannschaften Hauptartikel Deutschland Deutschland 1 zu 4 Deutschland Slowakei 2 zu 1 Deutschland Slowakei Länderspiele gegen die Schweiz 6 August 1997 97 in Bratislava 1 zu 0 24 Mai 2008 in Lugano 0 zu 2 Länderspiele gegen Österreich 27 März 2002 in Graz 0 zu 2 31 31 März 2004 in Bratislava 1 zu 1 10 August 2011 in Klagenfurt 2 zu 1 Länderspiele gegen Lichtenstein 10 Oktober 1998 in Vaduz 4 zu 0 8. September 1999 in Dabnikanat Varum 2 zu 0 2. April 2003 in Traver 4 zu 0 11. Oktober 2003 in Vaduz 2 zu 0 8. September 2004 in Bratislava 7 zu 0 17. August 2005 in Vaduz 0 zu 0 Erfolge Die FIFA berücksichtigt auch die früheren tschechoslowakischen Erfolge, zwei Vize-Weltmeisterschaften, den Europameistertitel 1976 sowie den Olympiasieg 1980 für die Slowakei. Bei der WM 1934 waren Stefan Kambal und Ferdinand Dautschik dabei. Dautschik spielte bei der WM 1938 bei allen Spielen der Tschechoslowakei. In den 1970er Jahren gaben in der tschechoslowakischen Mannschaft die Slowaken den Ton an. Bei der WM 1970 gab es 17 Slowaken in der 22er Auswahl. Beim Sieg gegen Deutschland bei der EM 1976 in Belgrad standen neben vier Tschechien neun Slowaken. Auf dem Spielplatz Josef Kapkowitsch, Karol Dobias, Kolomangö, Ladislav Jurkemik, Anton Andrus, Jan Piwanik, Josef Modder, Jans Velik und Marian Masny. Weitere Erfolge Kieren Cup 2000 Fußball-Weltmeisterschaft Achtelfinale 2010 Siehe auch Slowakische Fußball-Nationalmannschaft Slowakische Fußball-Nationalmannschaft Slowakische Fußball-Nationalmannschaft Wir sind im Fokus in deinem ragaz지가 Echt? Untertitelung des ZDF, 2020